Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir stehen gerade in Robaretto vor der Autobahn am Parkplatz und jetzt geht's auf den Monte Zunga. Das ist natürlich spitze, wenn man dem Stau von Riva Torpele aus den Berg hoch nach Nago entkommen will, weil da kann man einfach in der Früh fahren und hat dann eben den Stau nicht mehr. Und der Trail ist cool, also wirklich ein schöner Berg. Bleibt dran, schaut es euch an. Genau, so machen wir das. Staunen wir uns den Berg hoch. Auf den Monte Zunga geht es hier die Passstraße rauf, aber obwohl heute Sonntag ist, ist nichts los. Also sehr angenehm finde ich. Sehr angenehm. Das stimmt. Was sagt dein Akku? Ja, gerade eben hat er noch 77 gesagt. Das weiß ich nicht. Schaut selber. Ja, auch dieser Berg gehört natürlich zu den Kriegsschauplätzen vom Ersten Weltkrieg. Und da ist oben auch so ein kleines Museum, wieder so ein Freilichtmuseum. Und hier seht ihr alles genauer aufgelistet. Also wer sich für den Ersten Weltkrieg interessiert, der ist hier oben sicherlich auch gut aufgehoben. Und wie immer heute eines der wenigen Autos. Natürlich genau, wenn die Kamera draußen ist, macht aber nichts. Für uns immer schön diese Gegenden zu befahren, weil die halt einfach mega Trails bieten. Und gleichzeitig ist man natürlich eher fürchtig mit der Vergangenheit. Aber ja, da wo die Front verlaufen ist, sind einfach super Wege. Und deswegen wir auch mal wieder hier unterwegs. Seht ihr auch noch mal ein paar Bilder von damals. Hier Österreich-ungarische Straßenarbeiten. Hier Straßenmarkierungen. Und hier mal das ganze Gelände so ein bisschen genauer aufgeführt. Wobei hier dann steht, was welche Zahl zu bedeuten hat. Und da ist auch noch mal ein Bunker, oder? Könnte sein. Ja, ich denke, das war wahrscheinlich so ein Munitionslager oder sowas. Weil die ja oft am Weg nach oben dann schon irgendwas gelagert haben. Motiviert. Man möchte die E-Bikes nutzen, weshalb jetzt den Wanderwerk rauf geht. Kein Blick auf den Gardasee, aber trotzdem ein mega schöner Ausblick. Hier rundum. Nico versteckt sich ein wenig. Nico hat gerade schon geübt zu erzählen. Jetzt muss er nochmal. Auf jeden Fall haben wir jetzt oben Kaffee Chal und Pinien-Schnaps. Wir üben schon für die Transalp 22. So kenne ich dich gar nicht. Du trägst doch nie was. Wo ist der Train? Schmeckt nach Medizin. Hier geht es teilweise ganz schön steil hoch. Wow. Aber wir nähern uns schon dem Gipfel. Ja, hier oben sieht man, was alles gebaut wurde und an Stellung hier war. Und schon krass über 100 Jahre her, dass doch wirklich noch viel davon erhalten geblieben ist. Sogar ein Wasserspar her neben den Mädels hier. Und die Wolken ziehen durch. Mystisch. Mystisch. Und das Asswort, was er hat. Ja. Ich habe ja gerade zugeschaut, wie Nico sein Alpencross-Video geschnitten hat. Und da war mystisch, glaube ich, ganz gut verwendet bei der Fabrik. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, klickt euch mal rein. Oder? Bin ich richtig? Mystisch. Mystisch, glaube ich. Es bequellt sich auch das E-Bike. Aber für uns natürlich schon echt, echt fein. Mit dem Bio wahrscheinlich schon kaum mehr möglich. Also schiebend natürlich schon. Fahren vermutlich sehr schwer. Wieder wissen, ob er nicht was verpasst. Ja. Schaut gut aus. Ja, die Wolken machen uns so ein bisschen einen Strich durch die Aussicht. Aber es sieht auch echt mystisch schon wieder. Oh Gott. Verrückt aus, wie die Wolken hochziehen. Verrückte Wolken. Ja, die rennen. Und da hinten ist dann auch das Gipfelkreuz. Also hier. Ja. Jawohl. Jawohl. Nico will auch mal. Ich will auch mal. Ich habe jetzt üben können. Da sieht man ganz gut, wo wir sind. Und hier ist es live. Leider nicht so ganz perfekt, weil die Aussicht, wie schon Petra gesagt hat, die mystische Aussicht. Ja, und der Bach ist auch ein bisschen brauner. Ja, der braun. Da hat man nur der Bach. Die Hose ist sauber. Wie bitte? Die Hose ist sauber. Ja. Und das ist jetzt auch wirklich das Gipfelkreuz. Montezunga. Mit Gedenken an den Ersten Weltkrieg natürlich hier die Stacheldrahtumrandung. Ja, sieht schon böse aus. Das ist nie jetzt. Kommt dann nimmer rüber. Wahnsinn. 1864 Meter hoch. Und darüber haben wir auch tatsächlich noch gute Aussicht. Sehr cool. Hier haben wir die Wolken nochmal im Zeitraffer für euch. Es sah nämlich echt wirr aus, wie die durch die Gegend geschossen sind. Das wollten wir euch auch zeigen. Damit ging es dann auch schon ab auf die Abfahrt. Oben ist es zum Teil noch der Weg, den wir auch hochgefahren sind. Dann gibt es aber auch parallel schon einen Trail, der zum Großteil relativ gut fahrbar. Teilweise hat er so ein paar ausgesetzte Stellen. Da muss man halt dann aufpassen oder mal ein, zwei Meter schieben. Aber im Großen und Ganzen ein super Weg. So S1 bis S2 würde ich sagen. Also nicht allzu schwierig. Sehr, sehr schön. Und ja, auf jeden Fall eine Radtour wert. Bei uns war es so, dass es hier oben trocken war. Im Mittelstück dann allerdings nass. Und unten zum Glück wieder trocken. So konnten wir dann doch noch einigermaßen drüber fetzen. Weil wer die Gardasee und Umgegungen kennt, der weiß, wenn die Sachen dort nass oder auch nur feucht sind, dann ist es nicht dasselbe, wie wenn man die ganzen Geschichten trocken haben kann. Und also für mich ganz klar, ich bevorzuge das alles trocken. Dann habe ich Kontrolle über meinen Adel und das ist mir heilig. Ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr. Ihr müsst, ihr müsstest halten. Das war's für heute. Ah, da haben wir noch mal aus. Ja, alles gut? Ja, kein Ast im Hinterrad, da warst du wieder verbläst, bin ich ja. Wow, wir sind wohl nicht die ersten Biker hier. Ja, aber er war trocken, deswegen war der halt so richtig Ballerei. Weil jetzt ist es halt, wenn die Erde dazwischen nass ist, dann ist es halt alles so rutschig. Weil stellt ihr vor, das wäre trocken und alles hätte geknippt, dann ist der mega. Oh mein Gott. Ja. 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 Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war echt easy, also schlaft die meisten von rechts hier. Die Make-Out Das war's für heute. I know how to love you now. I know how to love you now. Love you now. I know how to 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 love you now. Yeah, cool, yeah? Mega. Und auch geil warm. Ja. Yeah. Mega. Und auch geil warm. Wow. Ja, das hatte ich noch ein bisschen im Kopf, aber nicht mehr, dass es so lang war. Oh, ein Baum. Wie schon am Anfang erwähnt, unten hatten wir dann das riesenglück, dass der Weg super abgetrocknet war. Oben denke ich mal, dass der Wald einfach zu dicht ist und vielleicht auch noch nicht so viel Sonne hingekommen ist. Denn echt war es ja so, bei der Auffahrt war es noch schön. Oben beim Kaffeetal war es dann schon ziemlich wolkenverhangen. Und dann haben wir da noch kurz Pause gemacht auf der Bank nach dem Kaffeetal. Und dann ist es wieder richtig klar geworden. Und erst da haben wir beschlossen, dass wir den Gipfel tatsächlich mitnehmen. Zum Glück, das war es auf jeden Fall wert. Und die Aussicht von oben ist schon noch mal welten besser als das, was man eben sonst so bei der Auffahrt und bei der Hütte mitkriegt. Also ja, solange man die Zeit hat und das Wetter einigermaßen mitspült, dann lohnt sich dieser extra Aufwand zum Gipfel definitiv. Auch wenn wir es tatsächlich fast nicht gemacht hätten. Zum Glück, zum Glück haben wir es dann doch noch getan. Und ja, hier unten war es dann wirklich so crazy, war es ohne Einschränkung. Oben im Mittelteil, sagen wir so weiter, oben war es auch super. Aber im Mittelteil, das war es schon echt mit Vorsicht zu genießen. Und hat sich dann schon fast ein bisschen gezogen gefühlt. Aber hier, da war die Entschädigung dann auf jeden Fall schon wieder da. In der Nähe, da war die Entschädigung. Aber krass, wie warm es jetzt auch einfach ist. Oben war fast so schön kühl, jetzt ist es knallheight. Ich war gut zurück am Bus, der ist zum Glück auch noch da. Jetzt werden wir alle Türen und Fenster öffnen müssen, weil es knallheight ist. Ja, voll. Ja, Trail sehr cool, ganz schön lang gefühlt. Aber super geil, echt gut zu fahren. Oben war es ein bisschen feuchter, unten war es dann wieder trockener, also eine gute Mischung. Musste so ein bisschen aufpassen, aber im Großen und Ganzen genau nach meinem Geschmack. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt die Runde. Und jetzt muss ich mein Bikini aussahen. Blond und gut aussehen. Oh ja, bei uns rennt der Grill mega gut. Ehrlicherweise sind wir nach der Tour bei der Rückfahrt zwischen Franzens Feste und Sterzing in der Sachsenklemme eingekehrt. Schreibt mal, falls ihr die auch kennen solltet. Aber hier haben wir einen Zeitraffer vom Burgermachen. Ein, zwei, drei Tage später, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und da wir es selber so cool fanden, dachten wir, wir zeigen es euch einfach auch. Dieses Burgermachen macht uns im Moment riesig viel Spaß. Und ja, für den neuen Bus haben wir da schon einen richtigen Grill im Visier, sodass wir nicht immer Einweggrills hernehmen müssen. Also das ist alles schon in Planung. Ein, zwei, drei, drei. Vielen Dank.